so also Infoast Challenge wie gesagt also nur Hämoglobin falls also diese Spritzenwaffe falls die Munition leer geht darfst du natürlich auch dein Messer ziehen also dieses Skalpell was du hast oder die normale Handfeuerwaffe aber erst wenn die Munition wirklich leer ist vorher nicht okay das ist die normale Pistole hier die Heidungspistole die darfst du noch benutzen und äh vor allem du Pimmelberger ne schützt dich auch Junge stich dich ab, auch noch mal Korn gefällt dir nicht ich denk mir so warum krieg ich keine EP wir sind auch 5 Schaunsch, der kommt da oben Piss dich Junge stich auf du kriegst die Messer Bruder das war der letzte geht zur angezeigten Kanzel ich glaub Hemoglobin kostet 1,1 ne diese 1.100 das werden wir gleich sehen das ist aber nicht nicht mehr ja doch 1.100 kostet das ich könnte das vermarkten und viel Geld verdienen dann bleib stehen bleib stehen so dann kannst du hier schon mal kaufen Restgeld gib mir noch das Restgeld ah ne kauf dir und müssen Munition weil dann hoffe ich jemand nächste Runde mit dem Messer rum dann lügt mich auch nicht hier ist Geld dankeschön dann kann ich mir noch wenigstens einmal ein paar Magazine kaufen weißt du für meine Pistole das reicht jetzt so dankeschön das hast du denn schon mal ja meine Aufladespritze geht ja schneller als bei dir ich bin ja 25 also juckt mich das mich durchgeht und tötet mehr selbst ein bisschen schneller ne ja 200% steht bei mir hey Feuertür 52 kein schlechter Anfang das war aber nur zum Aufwärmen weg mit dir kannst du mal aufhören mit dein scheiß Feuer auf mich zu schießen die 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 Messer Bruder ja sie hat die Heilungsgranate ich wollte gerade sagen die erste Heilungsgranate hat gar keinen Schaden gemacht ok noch ein Schlag für dich Dämon ausgezeichnet Das sind fast alle. Was ist das? Ich komme mir albern vor. Ja, schick das. Oh, sterb. Oh, ist gut. Kannst du mir das leisten. Auch wenn du mir dein Geld geben würdest, könnte ich mir das leisten. Na egal, dann krimmol ich mit ihm nächste Runde. Auch lauf ich ihm halt mit der Pistole rum. Ich auch nicht. Doch brutalere Challenge. Nur mit dem Messer und der Händungspistole. Hier ist mein Messerbruder. Schon mal 300. Wenn ich du wäre. Okay. Die nächste Runde müsste ich dir anhaben. Ui. Über die Fische hübsen. Ui. Nee. Der Boden. Das war was. Das heißt, beim Endbox dürfen wir auch nur die benutzen. Ja. Wie gesagt, die Challenge habe ich schon alleine gemacht. Das geht schon. Reiko würde hier so einiges. Oh, sei dir blöd. Sobald die in der Zeit kommt, um mir zu nahe kommt, ob die Hilfe gab. Was kriegst du das Kapell in die Fresse? Wie lange musst du das Kapell durch das Gesicht ziehen? Aber es sind noch einige. Lang genug. Ich habe auch 45 Jahre und die Händung. Ich habe mich über die Zeit. Schau. Dich? Das klingeln! Ich habe dich verletzt! Oh, ihr kriegt ja alle eure Corona-Impfung. Lange, stech dich ab! Eigentlich springt das gar nichts, was Stur, aber ja. Jetzt kann ich mir die Waffe auch kaufen. Das sieht so komisch aus, wenn er das macht. Gib mir Geld! Gib mir Money! Gib mir Money! Gib mir Money! Boah, du hast gesehen, wie der weggeflogen ist! Ist in den nächsten Flur geflogen! Wurde ich schon wiedersehen! Ach, schon cool! Headshot! Headshot! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Hab gesagt, weg mit dir! Sag mal, du kriegst so nach Wucht so eine Spritze in den Schädel! Tut weh, oder? Ganz froh, wenn du die Nadel noch irgendwann mal rausbekommst! Hattet jetzt zwei Spritzen in die Fresse bekommen, die Sirene und wird geschlafen! Ich treffe die Unsichtbare mit der Spritze in den Fuß und sie verliert ihren Arm! Was denn in der Wucht muss das gewesen sein? Ich bin beeindruckt! Einwandfreie Arbeit! Ich muss nachladen! Ich werde dich zweimal töten! Wie die Beetle's sagen! Noch ein Schlag für die Störung! Nein, du waffst, sie rein! Fantastisch! Gebiet ist weiterhin gesichert! Meine Wunden sind geheilt! Ihr habt gute Arbeit geleistet und alle haben überliebt! Äh, nein! Heut, ich bin schon ein cran! Ich hab mal so ein euer scheiß Ecke hin! Ich hab hier noch irgendwann mal einen Mannschaft eingefohlen! Häh, schau mal, ich hab hier noch einen Mannschaft! Nö, 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 nö! No, nö, nö! So ein maler gekriegt! Ich hab hier noch behandelt! Oh Gott, ich bin auch schon so ein bisschen geflasert! Die Größtenverbrecher treiben! Weiße Kittel! ja wo er so wird konnte ich mich schon einmal pimpen konnte ich auch Kohle für mich schick 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 ich 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 kein schlechter anfangen das war aber nur zum aufwerden ey der flashy ist so lahmarschig kann von ihm abhauen hm ich krieg mich nicht flashy der übertreibt doch nicht direkt schick schick und ich war snitch wo ist der scrake hin oder nicht so ich muss nachladen ja hier kriegt alle eure nadeln bist du giftig denn ja kriegen alle ihre corona impfung ich ziehe ich schieße ich ich okay alter der so in den hals geballert der sirene mit der waffe weiße so richtig richtigen die zu bekommen und pimpte die ja noch ein zweites mal da gebe ich die noch wer damit in den das wie mehr gibt es nicht halt deine fresse bei mir hat er gesagt mehr gibt es nicht dafür kann man ja kaum dankbar sein was für ein wichser der aliate das ist echt ein assi jate die munition die die pause ist vorbei zurück an die zurück in den kampf hier sind es kam sag mir dass du ein einzelkind bist vergiss es doch ne bei mir hat er nämlich gesagt sagt mir dass du ein einzelkind bist also deswegen habe ich gesagt nein wir hätten ja da hinten die rüstung bei dir wieder in den hals geballert der sirene wo ich wusste da da hier da wo ich jetzt bin ich bin ich bin alle so langes ding in den kopf an den kopf oder an den hals das ich frage mich auch diese die erster wie kann du willst die vergiften lassen robotore das musst du dir auch ganz jucken hat die fresse kriegst du wieder in den hals geballert die k ob die 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 Wieder in den Hals geballert. We are all komplett ge-peam-pahd. Party! Gibt euer Bestes, okaaaay! Aua! Fass mich nicht an! Ich werde Dich zweimal töten! Push Break! Oh, wieder Kamp-Shot! Die Serena ist tot! Oh ja, ins Gesicht! Oh, piss dich Mädchen! Nein, aus, hol! Ich habe Dich verletzten! Boah Junge, verpiss dich! Tut's doch auch nicht, ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! So! 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 PEN! Voll in die Fresse! PEN! Voll in die Fresse! Ich habe gesehen, wie du diesen Flashpound erledigt hast! Die sind nett! Oh, schon warm! Direkt hier drin, ja! NIE! NIE! Da bist du auch immer so schön groß wie die von meiner Schwester, weil sie so ein schönes großes Wohnzimmer! Hoffe ich mal! Boah, das ist so geil, hm! Schönes Wohnzimmer, hm! Schönes Wohnzimmer, hm! Boah, freue ich mich schon drauf! Okay, auch wenn es ein Airgrad ist, ist mir scheißegal, dann stehe ich morgens um 6 auf, damit ich bin nicht bei der Arbeit, wenn ich mir auch scheißegal! Wenigstens habe ich schon meine Ruhe, weißt du, ne? Ja, und der erste Schotter dann... Schon wieder, Fettsack! Ihr seid doch froh! Ach ne, die Spritzen prallen doch! Genau! Mmmh! 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 Und es ist ein Giftboss, die Warfe macht Gift Schaden! Ja, dann viel Spass beim sterben! Sekerram nach Kolben macht mit Messer Bruder, sonst Spaß! Denn doch trotzdem giften! man schießt einfach mal eine munition leer und danach wenn es leer ist dann ja er liegt wo ist er nicht so long der soesie gut ist ja auch voll ein und dort kriegt er doch am ende eine spritze von dir in die fresse hast du gesehen mutter so wügel stirbt stirbt dann schalte ich zur tode junge ich hab er seine tage kommen wie das raus fließt es ist wie aus dem springbrunnen